Ob Feierabend, Mittagspause als Familienausflug am Wochenende auf dem Spielplatz oder alleine für zwischendurch. Den Wechsel der Jahreszeiten erleben. Chilexen, quatschen, flanieren, fotografieren, Sportgeräte, Skulpturen, Fauna, Flora, Wasserspiele, Mustergärten, Gewächshäuser, Kaffee, Kuchen und Konzerte, der eigene Gruger-Hund, Pommes, Pilz und gute Laune. Gruger ist Kult. Gruger ist Erholung. Abwechslung pur. Gruger ist Erholung. Abwechslung. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.